Hallo Leute, wie ihr seht, wir sind gerade auf der Messe. Thomas von Smallland Sportfiske ist auch dabei und das hat einen bestimmten Grund. Er promotet nicht nur seine Häuser, die er in Schweden vermietet, sondern wir haben ein richtig geiles Reisepaket für euch fertig gemacht. Denn ich war letztes Jahr bei Thomas zum Besuch und wir haben richtig viele gute Hechte gefangen. Und da das so viel Spaß gemacht hat, haben wir uns gedacht, dieses Jahr wollen wir es auch nochmal machen, aber wir nehmen euch mit. Und ihr habt die Möglichkeit, eine Woche mit uns zusammen in Schweden zu verbringen. Wir suchen die dicke Mamas und wir wollen eine Menge Spaß haben. Ein paar Eckdaten zu der Woche. Es gibt die Möglichkeit, einmal mit dem Flugzeug anzureisen oder per Selbstanreise. Der Preis dafür beträgt 949 Euro bei Selbstanreise mit Flug 1149 Euro. Und da ist alles dabei. Ihr braucht euch nichts um nichts Sorgen zu machen. Shuttle-Service vom Flughafen, Extra-Gepäck, Abendessen, für alles ist gesorgt, Boote, Vollguiding. Also es sind jeden Tag Geins mit uns am Wasser, die uns Spots geben, ein paar Tricks. Und eins können wir euch garantieren, es werden richtig viele Fische gefangen. Und als kleine Vorbereitung dafür kriegt jeder Teilnehmer am Anfang der Tour ein kleines Köderpaket im Wert von 150 Euro mit fängigen Ködern, die wir halt ausgesucht haben, die funktionieren und die wir dann auch nutzen können. Gebucht wird das Ganze direkt über Smallland Sportfisky. Meldet euch einfach bei mir und dann seid ihr mit am Start. Es gibt wenige Plätze, bucht besser direkt, weil wenn wir voll sind, sind wir voll und dann wäre es schade, wenn einer zu Hause bleiben muss, der da richtig Bock drauf hat. Und für die, die sagen, das reicht uns nicht, um zu buchen, haben wir auch ein paar Special Guests eingeladen. Und zwar einmal den Toni Andersen, der kommt einen Abend vorbei, hält einen kleinen Vortrag über die Angelei. Er ist schwedischer Meister geworden in der Hechtangelei, er hat es also extrem gut drauf. Er wird auch einen Tag mit uns mitangeln und ihr habt auch die Möglichkeit, ein paar Stunden mit ihm rauszufahren. Zusätzlich kommt noch Frederik Renz, Kunstköderprofi, der eine eigene Marke hat für Big Baits, der macht richtig fahrende Sachen, der wird auch ein paar Sachen vorstellen. Der wird uns eventuell sogar zeigen, wie er die Köder macht, also live mit uns zusammen eigene Köder produzieren. Wir versuchen das gerade jetzt noch abzuchecken, dass wir die Möglichkeit dafür haben, aber es sieht gut aus. Und weiter geht es mit Philipp Truong, ein Hechtprofi, Inhaber von Stinger Production. Er wird uns auch ein bisschen begleiten und mit so viel geballter Kompetenz kann ich euch sagen, da werden einige dicke Fische rauskommen. Aber sicher. Also, falls ihr Bock habt, meldet euch einfach beim Thomas per Mail oder ruft an und ihr kriegt alle Infos, die ihr noch dafür benötigt. Peace out. Outro